Moin, hier ist Heini, jetzt geht er weiter mit Euro Truck Simulator 2, TSM Map und hier ist ein kleines Problem, ein Video ist jetzt für den Arsch, ich hab aufgenommen, aber ja, wie immer, Paddel leg ich aus Versehen gelöscht und jetzt hab ich das Spiel schon gespeichert und jetzt fahr ich hier weiter, ich bin fast am Ziel, so ein Dreckskacke Wo bin ich denn jetzt? Na, wo bist du denn mein Kleiner? Da bin ich, ne? Ja, fast am Ziel und ich hab noch nicht den neuesten Patch drauf, die neuesten Map hab ich auch noch nicht drauf, das werde ich Sonntag in Ruhe machen, weil ich fahr jetzt heute nach Berlin noch hin, für ein paar Tage und wenn ich wiederkomme, werde ich das alles in Ruhe nämlich machen, das heißt ich werde den neuesten TSM Map 3.5 installieren für den neuesten Patch 1.4.8 Das alles findet ihr auch bei mir im Forum simonews.de Ja, da könnt ihr euch die Maps runterladen, also wird zu dieser TSM Seite weitergeleitet und dann könnt ihr es runterladen, ne? Aber Infos und so weiter, das findet ihr bei mir im Forum immer Ja, soviel dazu, ne? Also wie gesagt, Sonntag werde ich das alles vernünftig installieren und dann kriegen wir da hin Und dann könnt ihr auch schon mal auf meinen Kanal schauen, weil es so wieder aussieht, werde ich heute mein erstes Mal Werksfeuerwehr Simulator Oder wenn ihr dieses Video seht, habe ich es schon veröffentlicht Werksfeuerwehr Simulator 2014, ne? Das ist jetzt nämlich auch, ähm, als Let's Play gestartet und zwar am 31. glaube ich kommt das raus Und ein paar Leute durften das schon vorher zeigen und danke an VES Games, dazu gehöre ich auch Danke, 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 das ist ein klasse Team Machen auch geile Arbeit, das sieht man ja auch an das Spielen, ne? Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben hier im Video für die Leute, ich werde oft gefragt Max und Werksfeuerwehr Simulator, ja, werde ich machen Und, äh, solange... Nein, gib Gas! Was ist das? Auto kaputt? Ich bin vor ein Ding runtergekommen Entschuldigung Aber was ich sagen wollte ist, ähm, hier sind die Berge, seht ihr das? Links und rechts sind Berge Nein, ich, äh, viele fragen immer, ob ich Werksfeuerwehr Simulator mache Ja, werde ich Und ich werde jetzt mit Feuerwehr Simulator so langsam aufhören Und mit Folge 50 gibt's nochmal so ein kleines Special Und da könnte ich auch ja schauen und dann werden wir mal gucken Und da geht's natürlich Vollgas weiter, jeden Tag, da habe ich vor, Folge Werksfeuerwehr Simulator Und ich hoffe, dass wir doch so spaßig, lustig und dass ihr alle so mitmacht wie anderen Das hat echt Spaß gemacht, ne? War echt cool Gehen wir hin, aber ich glaub nicht, dass da irgendwie die Hubschrauber von Himmel runterfällt, oder? Na ja, werden wir ja sehen So, wir gucken mal nach links, wenn ich will hier mal gucken, was hier los ist, ne? Haria-Sand? Ne, ist kein Haria-Sand Haria-Sand ist hier, äh, Brake, du achten, ne? Wie bringen, dort ist so eine kleine Insel in eine Weser So, wieder was gelernt Ich drück mal Tempomat und ich drück nochmal Knopf daneben, das ist nämlich mein Scheibenwischer Ey, bist du bescheuert oder was? Wenn du das einmal machst, dann häng ich dir da oben an einem Mast Siehst du diesen da hinten? Du Vogel Jedes Mal gibst du... Ich, 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 ich hab Tempomat drin, wenn ich von Gas runtergehe, dann hast du aufzuhören, ne? Du Vogel Hier, Tankstelle, da schiebe ich dir gleich so, 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 so ein Tankding im Mors drin, ne? Kannst du wieder Gas geben? Wie so, ja, gib Gas, Kollege So, Tankhabe ich noch was drin, ja, reicht noch So, jetzt haben wir ein bisschen Schwung hier Gleich sind wir auch am Ziel, alle hätten das Ziel schon, oder? Gehen wir schnell, ja, ich habe eine Folge jetzt übersprungen, leider Der habe ich aufgenommen, aber Paddeligen, Kopf aus Versehen gelöscht, schon ne? Kacke Naja, Komfort muss aber nicht, sagt es denn, ne? Da sagt er das, ey So, wenn wir hier jetzt gerade ausfahren Ja, irgendwie ist das zu heiß, mein PC stockt hier so ein bisschen, so, und halt Irgendwie ärgert er mich heute, ne? Wo muss ich denn lang geradeaus? Hier runter muss ich gleich Okay Ich bin jetzt aber ganz ziemlich schnell auf Null, wenn ich von Gas runtergehe, ne? Da kann ja auch nicht stimmen, oder? Ja, ich gehe runter, dann ist er, zack Ne, da kann ja was nicht stimmen, was ist da denn wieder los, eine Kacke Da muss ich erstmal gleich gucken Wenn ich bremse Das war aber steil runter, ne? Wenn ich bremse, schon wieder Hä, ist das bescheuert, oder was? Da mussten wir mal kurzfristig looki-looki machen, ne? Controller Meine Bremse, was ist da denn los? Bremsachse Zack 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 Beschleunigungsachse Warte mal ganz kurz Beschleunigungsachse Da Bremsachse Da Beschleunigung Da Bremse Da So, jetzt ist das, glaube ich, richtig, oder? Weil, äh, ja Wegen mein Lenkrad muss ich jedes Mal Neu Einstellen Jetzt geht von Gas runter Ja, jetzt geht's, ey Der hat automatisch gebremst, wenn ich stockgebracht habe Ach, halt, dein Motto Kann sich einfach so hier schloppen Oh, das Schild Oh, das war knapp, ey Hab ich nicht drauf geachtet Meine Fresse, du Die Straschenschild Das war aber jetzt schon knapp, ne? So, jetzt weiß ich auch, warum der immer, ne? Bremse gegangen Das war falsch eingestellt wieder, weil ich eben Aber jedes Spiel muss ich mein Lenkrad verstellen, leider Das ist das Problem Ich drücke hier mal bei 70 auf Tempomat Dann fliege ich auch nicht so, dass die Kurven So, mach ich hier über 66 Ist mir auch recht 65 ist nicht weniger, wäre, ne? Dann gibt's gleich ein Pfund, ey Hier ist ein Tunnel Licht an, sonst hauen die gleich wieder rum Mal, Licht hab ich ja schon, ne? Alles klar Licht hab ich ja schon an Das müssen wir mal sehen, dass wir hier auch Oh, nicht die Wand knutschen, ne? Das müssen wir mal sehen, dass wir hier auch richtig Hinkommen, ja, das passt alles So, wie's ist Ach, ist das herrlich In den Bergen Waren wir eigentlich schon mal in den Bergen? Ja, mein ich wohl Aber ich weiß nicht mehr In welcher Folge das war Aber nicht so oft, ne? Ne, so oft kann ich nicht gewesen sein Ach, jetzt hör aber auf Hier da, Merkel Geld raus Kohle her So, jetzt müssen wir mal eben kieken Dass wir hier mal eben hinkommen, ne? So, komm Wie viel Geld kriegst du jetzt? 61 Euro, ey Das muss mein Chef sowieso bezahlen Haha Ich fahr noch mal rückwärts Warte ganz kurz Ob ich denn noch mal ein Mode bezahlen muss? Muss mein Chef ja bezahlen Mir doch egal Ach, nö Komm, was soll das denn? Ja, geil Und noch mal? Ne, hat er nicht Scheiße Ich wollte meinen Chef jetzt mal ein bisschen lacken, ey Hat nicht geklappt Aber die Idee war schon mal sehr gut, oder? Scheiße Hätte ja klappen können Hätte klappen können Musst aber nicht, sagst du Ja, in Berlin freue ich mich schon Da wollen wir auch Madame Tussauds mal angucken Mal gucken, was für Stars mich da so erwarten Ich wollte da letztes Jahr auch schon mal rein So bin ich dran gegangen Aber jetzt haben wir uns das auf jeden Fall vorgenommen Dass wir Madame Tussauds besuchen Eine Wachsfigurenkabinett ist das Für die Leute, die das noch nicht so wissen Aber ich meine, das wissen die meisten So Ist das eine feine Gegend hier Da krieg ich gleich Urlaubsgefühle, ne? Das ist aber eine lange Strecke, muss ich sagen Das sah so weit aus Also so nah aus von hinten Oh, Kollege, du bist aber hier am Haken Es tut mir leid Mein PC ist so Ah, ah Erschreck mich nicht so Du Idiot, ey Selbst schuld Was überholst du mich auch Wenn ich auf zwei Fahrbahnen bin, ey Arschloch Hab ich mich ja verfährt, ey Du Idiot, ey Na, hast dich gedreht, ne? Warte mal Ich will doch mal lachen Da stehst du Haha Scheiße, er kommt, er kommt, er kommt Schlaf runter Idiot, ey Ja, du weißt doch, wie ich fahre Was überholst du mich denn auch Nimm doch einfach Seitenabstand Wenn ich hier auf die Straßenbahn bin, ey Naja Das willst du aber nicht tun Du warst gerade grün Der steht doch irgendwo wahrscheinlich Ja, der hat doch mal super geklappt, ey Crash Das war eine schöne Drehung Auf jeden Fall habe ich mich echt erschrocken, ey Mist, denk So, sie werden müde Ja, ja, ja Ich werde müde Ich hoffe mal, dass ich jetzt gerade ausfahren muss Ein Glück, ey Hast du mal Glück gehabt? So, ich werde müde Das muss ich kurz drücken Wie Merkel Okay, dann sind wir gleich da Dann kann er gleich zu Hause schlafen, ey Siehst du wohl Das hat gut geklappt Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich kriege hier Placke, ey Echt Was ist das dann schon wieder? Maud oder was ist das hier? Naja, wahrscheinlich Ah, Bremse Ja, nicht hier Nur geh zu, ey Noch weiter Ja, meinst du Ja, da kannst du Und hier müssen wir Und hier müssen wir Ach, ich muss links Halt die Schnauze Halt die Schnauze Irgendwie so ein bisschen Wie so ein Telefonica in der Gesellschaft Kannst du Telefonsex machen Das hat auf jeden Fall Das hat doch geklappt, da vorne ist auch schon mein Ziel Das hat doch geklappt Wie nichts Gutes hier Ups, ich bin viel zu schnell Ey, ja, 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 ja Äh, puh, ich da die Bretter da hinten rein, ey. Komm, sieh zu, Kollege. Sie werden müde. Ja, ich bin ja jetzt im Boulano. Da kann mir doch gar nichts mehr passieren. Da haue ich mir gleich ein paar Spaghetti hinter die Ohren. Und dann klappt das. Aber fahren kann ich schon gut, ne? Das muss ich sagen. Da kann keiner was sagen. So, wir fahren 50. Wir wollen nicht zu schnell fahren. Hier muss ich wieder links abbiegen. Nicht hier rein, ne? Nein. Hier müssen wir links abbiegen. So, Kollegen. Klip. Die fahren immer so langsam. Das ist echt wie in Real. Da schlafen die auch immer. Das regt mich immer wieder von vorne auf. Wenn er die Flachpfeife vor mir nimmt, dann hat er nicht schwungvoll einfach die Kreuzung überquert, ne? Oh, nee. So, jetzt wollen wir mal rechts hier. Hier muss ich hin. So, wir sind ja angekommen. Das ist doch mal geil. Ich weiß noch nicht, wo ich mein Ding dazu hinbringen muss, da vorne, ne? Habe ich hier was platt gemäht hier? Nö. Jetzt muss ich links reinfahren. Krass. Respekt. So, einmal gerade geht das? Ups, falsch. So, ein bisschen weiter nach rechts muss ich. Entschuldigung. Mein Fehler, ihr wisst das. So, komm. Ah, sieht schon mal besser aus. So können wir das gleich stehen lassen. Zack, komm. Wunderbar angekommen. Und? Ich fahre eine Strecke. Harry, hast elf Stunden. Ja, siehst du, sag ich doch, ey. So, was habe ich denn gekriegt? Siehst du, geht doch. Habe ich Urlaub, äh, Urlaub, sag ich schon. Irgendwie Strafe gekriegt? Nö, ne? Cool, geil. Siehst du, jetzt haben wir ein bisschen mehr Kohle gekriegt. Fähren fahren. Jetzt machen wir mal hochwertige Fracht. Da machen wir einen Punkt dazu. Zack, ne? Dann wollen wir mal sehen. So, wunderbar. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Und, äh, jetzt geht's zunächst so weiter. Und ich sage schon mal, in diesem Sinne, ab in die Rände. Bis dann. Tschüss.